Arthur Schopenhauer war ein Außenseiter unter den Philosophen, man könnte auch sagen ein Unikat oder ein Solitär. Er gehörte keiner bestimmten Schule an, sondern stellte sich gegen die herrschenden Denkrichtungen. Insbesondere war er kein Optimist, wie die meisten Aufklärer und die Idealisten seiner Zeit, sondern ein tiefer Pessimist. Alles im Leben gibt Kund, dass das irdische Glück bestimmt ist, vereitelt oder als eine Illusion erkannt zu werden, schrieb er, und das Leben stellt sich dar als ein fortgesetzter Betrug, im Kleinen wie im Großen. Hat es versprochen, so hält es nicht, es sei denn, um zu zeigen, wie wenig wünschenswert das Gewünschte war. Unsere Welt ist die schlechteste aller Welten und etwas, das besser nicht sein sollte. Schopenhauers Pessimismus machte ihn auch zum Atheisten. Er konnte sich nicht vorstellen, dass jemand, dem man Eigenschaften wie Liebe, Güte und Allmacht zuschreibt, solch eine Welt erschaffen könnte. Wenn ein Gott diese Welt gemacht hat, so steht es in seinem handschriftlichen Nachlass, so möchte ich nicht dieser Gott sein. Ihr Jammer würde mir das Herz zerreißen. Schopenhauers Mitgefühl galt allerdings mehr den Tieren als den Menschen. Im Grunde war er ein Misanthrop, also jemand, der wenig von den Menschen hält. So blieb er nicht nur philosophisch, sondern auch gesellschaftlich ein Außenseiter. Schopenhauer war einsam aus Überzeugung und auch zum Selbstschutz. Wenn man sich nie in genaue Berührung mit den Menschen setzt, sondern stets ein distanziertes Verhalten beibehält, wird man von ihnen nicht verwundet, noch besudelt und kann sie ertragen. So betrachtet ist die Gesellschaft einem Feuer zu vergleichen, an dem der Kluge sich in einiger Entfernung wärmt, aber nicht hineingreift wie der Tor. Kein Wunder also, dass Schopenhauer keine Freundschaften pflegte und auch unverheiratet blieb. Heiraten heißt das mögliche Tun, einander zum Ekel zu werden, seine Rechte zu halbieren und seine Pflichten zu verdoppeln, notierte er. Sein einziger Lebensgefährte blieb denn auch ein Pudel. Warum dies so war, hielt der Tierfreund in einem kleinen Gedicht fest. Dass mir der Hund das Liebste ist, sagst du, o Mensch, sei Sünde. Doch der Hund bleibt mir im Sturme treu, der Mensch nicht mal im Winde. Schopenhauer litt an der Welt und an den Menschen, und dieses Leiden war es, das ihn zum Philosophen machte. Das Leben ist eine missliche Sache, meinte er einmal zu dem Dichter Christoph Martin Wieland. Ich habe mir vorgesetzt, es damit hinzubringen, über dasselbe nachzudenken. Die Früchte dieses Nachdenkens machten ihn zu einem der bedeutendsten Philosophen der Neuzeit. Zu seinen Bewunderern zählten auch viele Schriftsteller, etwa Thomas Mann, Marcel Proust oder Franz Kafka. Leo Tolstoi notierte sogar, Wissen Sie, was der diesjährige Sommer für mich bedeutet hat? Ununterbrochene Begeisterung für Schopenhauer und eine Reihe geistiger Genüsse, die ich niemals zuvor erfahren habe. Ich weiß nicht, ob ich meine Meinung einmal ändern werde. Jetzt jedenfalls bin ich überzeugt, dass Schopenhauer der genialste aller Menschen ist. Arthur Schopenhauers Pessimismus hatte philosophische Gründe, aber auch persönliche. Sein Vater, ein wohlhabender und angesehener Kaufmann, litt an Depressionen, die der Sohn von ihm erbte. Schon als Sechsjähriger hatte Schopenhauer Angstzustände, eine Plage, die ihm während seines ganzen Lebens blieb. Hinzu kamen ständige Streitigkeiten zwischen den Eltern, die durch einen großen Altersunterschied getrennt und überdies sehr unterschiedliche Persönlichkeiten waren. Der Vater schwermütig, die Mutter fröhlich, unbekümmert, in den Augen des Sohnes auch leichtlebig. In seinen Erinnerungen schrieb er, Da mein guter Vater siech und elend an seinem Krankenstuhl gebannt war, wäre er verlassen gewesen, hätte nicht ein alter Diener sogenannte Liebespflicht an ihm erfüllt. Meine Frau Mutter gab Gesellschaften, während er in Einsamkeit verging, und amüsierte sich, während er bittere Qualen litt. Der familiäre Unfrieden war wohl auch einer der Gründe dafür, dass der junge Schopenhauer viel Zeit im Ausland verbrachte. Er war am 22. Februar 1788 in Danzig geboren worden. 1793 zog die Familie nach Hamburg um. Die glücklichsten Jahre seiner Kindheit erlebte Schopenhauer aber bei einer befreundeten Familie in Frankreich. Die beste Zeit als Jugendlicher auf einer Bildungsreise durch ganz Europa. Mit 17 Jahren kehrte er zurück nach Hamburg, um eine Kaufmannslehre anzutreten. Im selben Jahr, 1805, starb sein Vater, vermutlich durch Selbstmord. Die Mutter verkaufte die Firma und zog mit Schopenhauers jüngerer Schwester Adele nach Weimar. Dort eröffnete sie einen literarischen Salon, der große Resonanz fand. Unter anderem verkehrten dort Goethe, Wieland und die Gebrüder Schlegel. Auch sie selbst, Johanna Schopenhauer, versuchte sich als Romanautorin. Auch dies mit Erfolg. Sohn Arthur war zunächst noch in Hamburg geblieben. Erst 1807 kam er ebenfalls nach Weimar, wo er innerhalb von zwei Jahren den gesamten Lernstoff eines Gymnasiums nachholte. Prägend wurde aber vor allem eine andere Begebenheit. In einem Buchladen stieß Schopenhauer auf die Upanishaden, die heiligen Schriften des Hinduismus. Später sagte er dazu, die Lektüre dieser Bücher sei der Trost seines Lebens gewesen und werde der seines Sterbens sein. Was der junge Schopenhauer in den Upanishaden fand, war eine weltanschauliche Beglaubigung seines persönlichen Lebensgefühls. Leben ist Leiden. Dies bedeutete für ihn auch Entlastung. Sein Leiden war kein individuelles Versagen, wie es seine Mutter ihm immer wieder vorhielt, sondern Folge einer verhängnisvollen Weltstruktur. Die fernöstlichen Weisheitslehren wurden denn auch zu einem bestimmenden Einfluss auf Schopenhauers Denken, neben der Philosophie Platons und Kants. Ab 1809, dem Zeitpunkt seiner Volljährigkeit, konnte Schopenhauer frei über seinen Anteil am väterlichen Erbe verfügen. Dies ermöglichte ihm ein Leben ohne materielle Sorgen, sodass er sich ganz der Philosophie verschreiben konnte. Er studierte in Göttingen und Berlin und promovierte 1813 in Jena. Nach einem neuerlichen Zerwürfnis mit der Mutter, das diesmal endgültig war, verließ er wenig später Weimar und Jena und zog nach Dresden. Dort entstand nun in einem vierjährigen intensiven Schaffensprozess und dennoch wie in einem einzigen großen Wurf sein Hauptwerk »Die Welt als Wille und Vorstellung«. Ein Meilenstein der philosophischen Welterkenntnis, zugleich ein Manifest der Weltverneinung und bis heute eines der meistgenannten Werke der Philosophiegeschichte. Schopenhauer erörtert in diesem Buch drei große Themen. Die Welt als Vorstellung, die Welt als Wille und die Welt als Ort des Leidens. Bei der ersten These »Der Welt als Vorstellung« stützt er sich auf die Philosophie Immanuel Kants. Kant hatte gezeigt, dass wir die Welt um uns herum nicht so erkennen, wie sie an sich ist, sondern so, wie sie uns erscheint, aufgrund der Beschaffenheit unserer Erkenntniswerkzeuge. Man kann sich das so verdeutlichen. Wenn wir alle grüne Gläser vor unseren Augen hätten, dann würde uns die Welt grün erscheinen, obwohl sie an sich nicht grün wäre, sondern nur in unserer Wahrnehmung oder Vorstellung. Nun haben wir keine grünen Gläser vor den Augen. Aber unsere Erkenntniswerkzeuge, also Sinnesorgane und Verstand, bilden die Eindrücke, die wir von außen empfangen, dennoch nicht eins zu eins ab, sondern geben immer von sich aus etwas hinzu. Zum Beispiel ordnen sie alle Wahrnehmungen nach Raum und Zeit. Dass alle Dinge der Welt uns in Raum und Zeit erscheinen, etwa nebeneinander oder übereinander und gleichzeitig oder nacheinander, liegt also nicht an den Dingen selbst, sondern an diesem Ordnungssystem, das wir ihnen überstülpen. Aufgrund dieser und weiterer Zutaten hat die Welt, wie wir sie wahrnehmen, eine bestimmte Form, in der sie nur in uns existiert, als unsere Vorstellung. Dies bedeutet nicht, dass sie nicht wirklich wäre. Was wir wahrnehmen, ist Wirklichkeit. Aber es ist unsere Wirklichkeit, wie wir sie uns vorstellen, aufgrund der Beschaffenheit unseres Erkenntnisvermögens. Dies ist der Grundgedanke, den Schopenhauer ausdrücklich von Kant übernimmt. Die Welt ist meine Vorstellung. Schopenhauers originäre Entdeckung ist die andere Dimension der Wirklichkeit, die Welt als Wille. Er fragt nämlich weiter nach dem Grund der Vorstellungen, also nach dem, was diese Vorstellungen in uns hervorruft. Die Antwort findet er nicht im Blick nach draußen, hinaus in die Welt, sondern nach innen, in uns selbst. Erkenne die Wahrheit in dir, schreibt er. Dort berührt der Himmel die Erde. Wir selbst sind nämlich eine Vorstellung, zu der wir einen unmittelbareren Zugang haben als zu allen anderen. Äußerlich sind wir ein Körper, den wir wahrnehmen wie alle anderen Dinge auch. Insoweit ist unser Körper ein Teil der Welt als Vorstellung. Zugleich aber können wir auch in uns hineinsehen und erkennen dort, was sozusagen dahinter steckt. Wenn ich mich zum Beispiel Schnee schaufeln sehe, ist dies zunächst genauso eine Vorstellung wie das Vorbeifahren eines Autos oder die dunklen Wolken am Himmel. Aber bei dieser Vorstellung weiß ich auch den Grund. Ich schaufle Schnee, weil ich will, dass der Zugang zu meiner Haustür frei ist. Das heißt, mein Wille ist der Grund dieser Aktion meines Körpers und damit auch meiner Vorstellung davon. In Schopenhauers Worten Mein Leib ist mir auf zwei ganz verschiedene Weisen gegeben. Einmal als Vorstellung, als Objekt unter Objekten, so dann aber auch zugleich auf eine ganz andere Weise, nämlich als das jedem unmittelbar Bekannte, welches das Wort Wille bezeichnet. Durch den Blick nicht nur auf, sondern auch in uns selbst kommen wir an etwas heran, das uns bei allen anderen Dingen der Welt verborgen bleibt, nämlich die Innenseite der Erscheinungen, die der Grund unserer Vorstellungen ist. In Bezug auf unseren Körper ist dies unser Wille, der all unsere Aktionen und Handlungen bewirkt. Der Wille also, so Schopenhauer, ist das innere Wesen des Menschen, der Körper und seine Bewegungen, dessen äußerliche Manifestation. Das heißt, der Mensch ist Wille und Vorstellung. Diese Erkenntnis überträgt Schopenhauer nun auf alle anderen Dinge der Welt. Nicht nur im Menschen, so schlussfolgert er, ist der Wille das, was hinter den Erscheinungen steckt, sondern überall in der Natur. Auch Tiere und Pflanzen, ja sogar die Bewegungen der anorganischen, leblosen Natur, sind Ausdruck eines zugrunde liegenden Willens. Deshalb ist nicht nur der Mensch Wille und Vorstellung, sondern die ganze Welt. Diese Analogie erscheint auf den ersten Blick sehr kühn. Bei Tieren kann man sich einen Willen noch vorstellen, aber bei Pflanzen? Schopenhauer erläutert denn auch, Ich habe die Ausdehnung des Begriffs Wille sehr erweitert. Ich sage, dass jede Bewegung, Gestaltung, Streben, Sein, dass dies alles Erscheinung des Willens ist. In der nichtmenschlichen Natur ist dieser Urwille sogar deutlicher zu erkennen als im Menschen. Im Tier sehen wir den Willen zum Leben gleichsam nackter als im Menschen, wo er mit zu vieler Erkenntnis überkleidet ist, dass sein wahres Wesen fast nur zufällig und stellenweise zum Vorschein kommt. Ganz nackt zeigt er sich in der Pflanze, als bloßer, blinder Drang zum Dasein, ohne Zweck und Ziel. Der Wille, welcher der Welt zugrunde liegt, ist also nicht das, was wir gemeinhin unter dem Willen verstehen, nämlich ein vom Verstand geleitetes, bewusstes und zielorientiertes Streben. Sondern der Wille, an den Schopenhauer hier denkt, ist ein blinder, dumpfer, triebhafter Drang zum Dasein. Es ist der Wille zum Leben. Dieser Wille ist das, was die Welt im Innersten antreibt, auch den Menschen. Nur, dass der Wille im Menschen sich seiner selbst bewusst und durch den Geist verfeinert ist, ohne dass sich die ursprüngliche Triebhaftigkeit dadurch tatsächlich ändern würde. Auch der Mensch will im Grunde nichts anderes als Tiere und Pflanzen, leben und überleben. In Schopenhauers neuem Weltentwurf offenbart sich somit auch ein neues Bild des Menschen. Bis dahin und auch heute wurde und wird der Mensch primär als Vernunftwesen angesehen. Schopenhauer zufolge sind wir aber nicht Vernunft, sondern Trieb gesteuert. Der tiefste Grund unseres Wesens ist irrational. Wir haben zwar Vernunft, aber nicht sie regiert den Willen, sondern umgekehrt. Der Wille beherrscht die Vernunft und instrumentalisiert sie für seine Zwecke. Am stärksten zeigt sich die Macht des Willens im Geschlechtstrieb, der unmittelbar dem Erhalt des Lebens dient und deshalb alle Lebewesen beherrscht, und oftmals auch tyrannisiert. Auch im Menschen ist nicht der Kopf das Zentrum, auch nicht das Herz, sondern die Genitalien. Sie bilden geradezu den Gegenpol zum Gehirn. Im Sexualakt zeigt sich die Verwandtschaft von Mensch und Tier denn auch am deutlichsten. Schopenhauer schildert, wie schnell sich alle Romantik verflüchtigt. Denke dir das schönste, liebreizendste Paar. Nun sieh sie im Augenblick des Genusses der Wolllust. Aller Scherz, all jene sanfte Grazie ist plötzlich fort, urplötzlich beim Anfang des Aktus verschwunden und hat einem tiefen Ernst Platz gemacht. Was für ein Ernst ist das? Der Ernst der Tierheit. Der Wille ist auch der Grund für das Leiden in der Welt. Dies folgt schon aus seinem Begriff. Der Wille will immer etwas. Das heißt, es gibt immer etwas, das ihm noch fehlt. Deshalb will er es ja. Der Wille ist demzufolge das Unbefriedigtsein schlechthin. Verschärft wird die Situation dadurch, dass der Wille auch gar nicht vollkommen befriedigt werden kann, denn er kennt keine Grenzen. Aus jedem Wunsch, der befriedigt ist, erwächst ein weiterer. Die Möglichkeiten zur Erfüllung der Wünsche sind aber begrenzt. Diese unüberbrückbare Diskrepanz zwischen dem grenzenlosen Wollen und den begrenzten Möglichkeiten seiner Erfüllung ist der tiefste Grund für das Leiden in der Welt. Schopenhauer schildert dieses Leiden in immer neuen Variationen. Überall in der Natur geht es um Fressen und Gefressenwerden. Der Mensch hat zusätzlich noch unter seinen eigenen Artgenossen zu leiden. Die Wilden fressen einander, die Zahmen betrügen einander. Das nennt man den Weltlauf. Die Welt ist eine Hölle und die Menschen sind einerseits die gequälten Seelen und andererseits die Teufel darin. Wenn nicht gerade Not und Schmerz herrschen, dann ein weiteres Übel, nämlich die Langeweile. Sechs Tage Mühsal und ein Tag Langeweile. Das ist nach Schopenhauer der Ablauf einer normalen Woche. Insgesamt ist das Leben, so notiert der ehemalige Kaufmannslehrling, ein Geschäft, das die Kosten nicht deckt. Hinzu kommt, dass wir unaufhaltsam auf den Tod zugehen. Sobald wir die Mitte des Lebens überschritten haben, sind wir wie Rentner, die nicht mehr von den Zinsen leben, sondern ihr Kapital verbrauchen. Diese Willensmetaphysik ist die philosophische Begründung von Schopenhauers Pessimismus. Die Struktur der Welt mit dem Willen als beherrschendem Prinzip ist es, die das Leiden aller Kreatur hervorbringt, und zwar unvermeidlich. Aus dieser tragischen Weltanschauung heraus wird die Empörung verständlich, mit der Schopenhauer den Optimismus seiner Philosophenkollegen geißelt. Und dieser Welt, diesem Tummelplatz gequälter und geängstigter Wesen, welche nur dadurch bestehen, dass eines das andere verzehrt, wo daher jedes reißende Tier das lebendige Grab tausend anderer und seine Selbsterhaltung eine Kette von Martertoden ist, dieser Welt hat man das System des Optimismus anpassen und sie uns als die Beste unter den Möglichen andemonstrieren wollen. Die Absurdität ist schreiend. Im Jahr 1818 war das Werk vollendet. Schopenhauer ging auf Reisen, im Bewusstsein Großes geleistet zu haben. Zu seinem Leidwesen zeigte sich die Menschheit jedoch wenig beeindruckt. Für mehr als 30 Jahre sollte die Welt als Wille und Vorstellung so gut wie unbeachtet bleiben. Dies blieb nicht die einzige Enttäuschung in dieser Zeit. Im Jahr 1820 versuchte Schopenhauer in Berlin eine akademische Karriere zu starten, aber auch dies ohne Erfolg. In übertriebenem Selbstbewusstsein hatte er seine Vorlesungen zeitlich parallel zu denen des berühmten Kollegen Georg Wilhelm Friedrich Hegel angesetzt. Hegel war damals der führende Philosoph Deutschlands. Resultat? Alle Hörer gingen zu Hegel. Zu Schopenhauer kam so gut wie niemand. Er beendete denn auch seine Lehrtätigkeit schon nach dem ersten Semester. Ab da lebte er als Privatgelehrter. Den Philosophie-Professoren hielt er fortan gern vor, dass sie bloß von der Philosophie lebten und nicht wie er, Schopenhauer, für die Philosophie. Schopenhauer hielt sich nun abwechselnd an verschiedenen Orten in Italien und Deutschland auf, bis er sich 1833 auf Dauer in Frankfurt am Main niederließ. In all den Jahren seit »Der Welt als Wille und Vorstellung« hatte er nur kleinere Schriften veröffentlicht. Nun machte er sich an eine Überarbeitung seines Hauptwerkes. Sicherlich wegen der bis dahin ausgebliebenen Resonanz, aber natürlich auch, weil sein Denken sich weiterentwickelt hatte. 1844 erschien ein zweiter Band mit Ergänzungen. Darin erläuterte Schopenhauer noch einmal die wesentlichen Aspekte seines Weltbilds, stellte aber auch verstärkt Überlegungen an, wie das Leiden in der Welt doch zu lindern oder sogar zu überwinden ist. Er sieht dafür zwei Wege. Der erste ist der ästhetische Weg über die Kunst. Wenn wir ein Kunstwerk betrachten, empfinden wir eine reine Freude, nämlich eine, die frei ist von allem Begehren. Wir sind ergriffen von der Schönheit, ohne dass wir das Werk gleich besitzen wollen. Im Anschauen eines Kunstwerks befreien wir uns also aus den Fesseln des Willens und damit aus dem Leid, das der Wille mit sich bringt. Für Momente erreichen wir einen Zustand des inneren Friedens. Diese Befreiung durch die Kunst ist aber immer nur für Augenblicke möglich. Dann nimmt uns der Wille wieder gefangen. Dauerhafte Erlösung kann deshalb nur ein zweiter Weg bringen. Der Mensch muss erkennen, dass der Wille der Grund alles Leidens ist und dass dieses Leid nur durch eine radikale Verneinung des Willens überwunden werden kann. Das Mittel hierzu ist die Askese, also die bewusste Verweigerung von Wünschen. Denn nichts mehr zu wollen, heißt nicht mehr zu leiden. Hier ist der Einfluss des Buddhismus auf Schopenhauers Philosophie besonders deutlich zu erkennen. Über die persönliche Erlösung hinaus hat das Durchschauen der Weltstruktur einen moralischen Aspekt. Der Mensch erkennt, dass alle Menschen und überhaupt alle Lebewesen Erscheinungen eines und desselben Willens sind. Alle Lebewesen sind also im Grunde eins und das Leiden der anderen ist immer auch das eigene Leiden. Aus dieser Erkenntnis erwächst das Mitleid mit anderen und damit die Überwindung des Egoismus. So ist am Ende seines Werkes für Schopenhauer sogar so etwas wie ein guter Mensch vorstellbar. Der Mensch wird inne, dass der Unterschied zwischen ihm und anderen nur einer vergänglichen, täuschenden Erscheinung angehört. Er erkennt, dass das an sich seiner eigenen Erscheinung auch das der Fremden ist. Nämlich jener Wille zum Leben, welcher das Wesen jeglichen Dinges ausmacht und in allem lebt. Ja, dass dieses sich sogar auf die Tiere und die ganze Natur erstreckt. Daher wird er auch kein Tier quälen. Er ist jetzt zu wenig imstande, andere darben zu lassen, während er selber Überflüssiges und Entbehrliches hat, wie irgendjemand einen Tag Hunger leiden wird, um am Folgenden mehr zu haben, als er genießen kann. Denn jenem, der die Werke der Liebe übt, ist der Schleier der Maya durchsichtig geworden. Diese etwas hoffnungsvollere Weltsicht zeigte sich auch in einer kleinen Schrift, die Schopenhauer im Jahr 1851 veröffentlichte, die Aphorismen zur Lebensweisheit. Eine Sammlung von klugen Beobachtungen des menschlichen Verhaltens im Alltag, verbunden mit Ratschlägen zur besseren Lebensführung. Diese Aphorismen machten Schopenhauer populär und lenkten nun auch die Aufmerksamkeit auf sein philosophisches Hauptwerk, das nun schnell zum Erfolg wurde. In seinen letzten Lebensjahren erfuhr der Philosoph die Anerkennung, die ihm so lange vorenthalten worden war. Dennoch war er wohl nicht unglücklich, als er am 21. September 1860 im Alter von 72 Jahren starb und diesen Ort des Leidens verlassen konnte. Sein Vermögen hatte er wohltätigen Stiftungen vermacht, bemerkenswerterweise nicht nur zugunsten von Tieren, sondern auch von Menschen. Arthur Schopenhauer war ein Außenseiter unter den Philosophen. Man könnte auch sagen ein Unikat oder ein Solitär. Er gehörte keiner bestimmten Schule an, sondern stellte sich gegen die herrschenden Denkrichtungen. Insbesondere war er kein Optimist, wie die meisten Aufklärer und die Idealisten seiner Zeit, sondern ein tiefer Pessimist. Alles im Leben gibt Kund, dass das irdische Glück bestimmt ist, vereitelt oder als eine Illusion erkannt zu werden, schrieb er, und das Leben stellt sich dar als ein fortgesetzter Betrug, im Kleinen wie im Großen. Hat es versprochen, so hält es nicht, es sei denn, um zu zeigen, wie wenig wünschenswert das Gewünschte war. Unsere Welt ist die schlechteste aller Welten und etwas, das besser nicht sein sollte. Schopenhauers Pessimismus machte ihn auch zum Atheisten. Er konnte sich nicht vorstellen, dass jemand, dem man Eigenschaften wie Liebe, Güte und Allmacht zuschreibt, solch eine Welt erschaffen könnte. Wenn ein Gott diese Welt gemacht hat, so steht es in seinem handschriftlichen Nachlass, so möchte ich nicht dieser Gott sein. Ihr Jammer würde mir das Herz zerreißen. Schopenhauers Mitgefühl galt allerdings mehr den Tieren als den Menschen. Im Grunde war er ein Misanthrop, also jemand, der wenig von den Menschen hält. So blieb er nicht nur philosophisch, sondern auch gesellschaftlich ein Außenseiter. Schopenhauer war einsam aus Überzeugung und auch zum Selbstschutz. Wenn man sich nie in genaue Berührung mit den Menschen setzt, sondern stets ein distanziertes Verhalten beibehält, wird man von ihnen nicht verwundet, noch besudelt und kann sie ertragen. So betrachtet ist die Gesellschaft einem Feuer zu vergleichen, an dem der Kluge sich in einiger Entfernung wärmt, aber nicht hineingreift wie der Tor. Kein Wunder also, dass Schopenhauer keine Freundschaften pflegte und auch unverheiratet blieb. Heiraten heißt das mögliche Tun, einander zum Ekel zu werden, seine Rechte zu halbieren und seine Pflichten zu verdoppeln, notierte er. Sein einziger Lebensgefährte blieb denn auch ein Pudel. Warum dies so war, hielt der Tierfreund in einem kleinen Gedicht fest. Dass mir der Hund das Liebste ist, sagst du, o Mensch, sei Sünde. Doch der Hund bleibt mir im Sturme treu, der Mensch nicht mal im Winde. Schopenhauer litt an der Welt und an den Menschen. Und dieses Leiden war es, das ihn zum Philosophen machte. Das Leben ist eine missliche Sache, meinte er einmal zu dem Dichter Christoph Martin Wieland. Ich habe mir vorgesetzt, es damit hinzubringen, über dasselbe nachzudenken. Die Früchte dieses Nachdenkens machten ihn zu einem der bedeutendsten Philosophen der Neuzeit. Zu seinen Bewunderern zählten auch viele Schriftsteller, etwa Thomas Mann, Marcel Proust oder Franz Kafka. Leo Tolstoi notierte sogar, Wissen Sie, was der diesjährige Sommer für mich bedeutet hat? Und Unterstellungen in uns hervorruft. Die Antwort findet er nicht im Blick nach draußen, hinaus in die Welt, sondern nach innen, in uns selbst. Erkenne die Wahrheit in dir, schreibt er. Dort berührt der Himmel die Erde. Wir selbst sind nämlich eine Vorstellung, zu der wir einen unmittelbareren Zugang haben als zu allen anderen. Äußerlich sind wir ein Körper, den wir wahrnehmen wie alle anderen Dinge auch. Insoweit ist unser Körper ein Teil der Welt als Vorstellung. Zugleich aber können wir auch in uns hineinsehen und erkennen dort, was sozusagen dahinter steckt. Wenn ich mich zum Beispiel Schneeschaufeln sehe, ist dies zunächst genauso eine Vorstellung wie das Vorbeifahren eines Autos oder die dunklen Wolken am Himmel. Aber bei dieser Vorstellung weiß ich auch den Grund. Ich schaufle Schnee, weil ich will, dass der Zugang zu meiner Haustür frei ist. Das heißt, mein Wille ist der Grund dieser Aktion meines Körpers und damit auch meiner Vorstellung davon. In Schopenhauers Worten Mein Leib ist mir auf zwei ganz verschiedene Weisen gegeben. Einmal als Vorstellung, als Objekt unter Objekten, so dann aber auch zugleich auf eine ganz andere Weise, nämlich als das jedem unmittelbar Bekannte, welches das Wort Wille bezeichnet. Durch den Blick nicht nur auf, sondern auch in uns selbst kommen wir an etwas heran, das uns bei allen anderen Dingen der Welt verborgen bleibt, nämlich die Innenseite der Erscheinungen, die der Grund unserer Vorstellungen ist. In Bezug auf unseren Körper ist dies unser Wille, der all unsere Aktionen und Handlungen bewirkt. Der Wille also, so Schopenhauer, ist das innere Wesen des Menschen, der Körper und seine Bewegungen, dessen äußerliche Manifestation. Das heißt, der Mensch ist Wille und Vorstellung. Diese Erkenntnis überträgt Schopenhauer nun auf alle anderen Dinge der Welt. Nicht nur im Menschen, so schlussfolgert er, ist der Wille das, was hinter den Erscheinungen steckt, sondern überall in der Natur. Auch Tiere und Pflanzen, ja sogar die Bewegungen der anorganischen, leblosen Natur, sind Ausdruck eines zugrunde liegenden Willens. Deshalb ist nicht nur der Mensch Wille und Vorstellung, sondern die ganze Welt. Diese Analogie erscheint auf den ersten Blick sehr kühn. Bei Tieren kann man sich einen Willen noch vorstellen, aber bei Pflanzen? Schopenhauer erläutert denn auch, Ich habe die Ausdehnung des Begriffs Wille sehr erweitert. Ich sage, dass jede Bewegung, Gestaltung, Streben, Sein, dass dies alles Erscheinung des Willens ist. In der nichtmenschlichen Natur ist dieser Urwille sogar deutlicher zu erkennen als im Menschen. Im Tier sehen wir den Willen zum Leben gleichsam nackter als im Menschen, wo er mit zu vieler Erkenntnis überkleidet ist, dass sein wahres Wesen fast nur zufällig und stellenweise zum Vorschein kommt. Ganz nackt zeigt er sich in der Pflanze, als bloßer Blind Die fernöstlichen Weisheitslehren wurden denn auch zu einem bestimmenden Einfluss auf Schopenhauers Denken, neben der Philosophie Platons und Kants. Ab 1809, dem Zeitpunkt seiner Volljährigkeit, konnte Schopenhauer frei über seinen Anteil am väterlichen Erbe verfügen. Dies ermöglichte ihm ein Leben ohne materielle Sorgen, sodass er sich ganz der Philosophie verschreiben konnte. Er studierte in Göttingen und Berlin und promovierte 1813 in Jena. Nach einem neuerlichen Zerwürfnis mit der Mutter, das diesmal endgültig war, verließ er wenig später Weimar und Jena und zog nach Dresden. Dort entstand nun in einem vierjährigen intensiven Schaffensprozess und dennoch wie in einem einzigen großen Wurf sein Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung. Ein Meilenstein der philosophischen Welterkenntnis, zugleich ein Manifest der Weltverneinung und bis heute eines der meistgenannten Werke der Philosophiegeschichte. Schopenhauer erörtert in diesem Buch drei große Themen. Die Welt als Vorstellung, die Welt als Wille und die Welt als Ort des Leidens. Bei der ersten These der Welt als Vorstellung stützt er sich auf die Philosophie Immanuel Kants. Kant hatte gezeigt, dass wir die Welt um uns herum nicht so erkennen, wie sie an sich ist, sondern so, wie sie uns erscheint, aufgrund der Beschaffenheit unserer Erkenntniswerkzeuge. Man kann sich das so verdeutlichen. Wenn wir alle grüne Gläser vor unseren Augen hätten, dann würde uns die Welt grün erscheinen, obwohl sie an sich nicht grün wäre, sondern nur in unserer Wahrnehmung oder Vorstellung. Nun haben wir keine grünen Gläser vor den Augen. Aber unsere Erkenntniswerkzeuge, also Sinnesorgane und Verstand, bilden die Eindrücke, die wir von außen empfangen, dennoch nicht eins zu eins ab, sondern geben immer von sich aus etwas hinzu. Zum Beispiel ordnen sie alle Wahrnehmungen nach Raum und Zeit. Dass alle Dinge der Welt uns in Raum und Zeit erscheinen, etwa nebeneinander oder übereinander und gleichzeitig oder nacheinander, liegt also nicht an den Dingen selbst, sondern an diesem Ordnungssystem, das wir ihnen überstülpen. Aufgrund dieser und weiterer Zutaten hat die Welt, wie wir sie wahrnehmen, eine bestimmte Form, in der sie nur in uns existiert, als unsere Vorstellung. Dies bedeutet nicht, dass sie nicht wirklich wäre. Was wir wahrnehmen, ist Wirklichkeit. Aber es ist unsere Wirklichkeit, wie wir sie uns vorstellen, aufgrund der Beschaffenheit unseres Erkenntnisvermögens. Dies ist der Grundgedanke, den Schopenhauer ausdrücklich von Kant übernimmt. Die Welt ist meine Vorstellung. Schopenhauers originäre Entdeckung ist die andere Dimension der Wirklichkeit, die Welt als Wille. Er fragt nämlich weiter nach dem Grund der Vorstellungen, also nach dem, was diese vor und der Drang zum Dasein ohne Zweck und Ziel. Der Wille, welcher der Welt zugrunde liegt, ist also nicht das, was wir gemeinhin unter dem Willen verstehen, nämlich ein vom Verstand geleitetes, bewusstes und zielorientiertes Streben. Sondern der Wille, an den Schopenhauer hier denkt, ist ein blinder, dumpfer, triebhafter Drang zum Dasein. Es ist der Wille zum Leben. Dieser Wille ist das, was die Welt im Innersten antreibt, auch den Menschen. Nur dass der Wille im Menschen sich seiner selbst bewusst und durch den Geist verfeinert ist, ohne dass sich die ursprüngliche Triebhaftigkeit dadurch tatsächlich ändern würde. Auch der Mensch will im Grunde nichts anderes als Tiere und Pflanzen, leben und überleben. In Schopenhauers neuem Weltentwurf offenbart sich somit auch ein neues Bild des Menschen. Bis dahin und auch heute wurde und wird der Mensch primär als Vernunftwesen angesehen. Schopenhauer zufolge sind wir aber nicht Vernunft, sondern Trieb gesteuert. Der tiefste Grund unseres Wesens ist irrational. Wir haben zwar Vernunft, aber nicht sie regiert den Willen, sondern umgekehrt. Der Wille beherrscht die Vernunft und instrumentalisiert sie für seine Zwecke. Am stärksten zeigt sich die Macht des Willens im Geschlechtstrieb, der unmittelbar dem Erhalt des Lebens dient und deshalb alle Lebewesen beherrscht, oftmals auch tyrannisiert. Auch im Menschen ist nicht der Kopf das Zentrum, auch nicht das Herz, sondern die Genitalien. Sie bilden geradezu den Gegenpol zum Gehirn. Im Sexualakt zeigt sich die Verwandtschaft von Mensch und Tier denn auch am deutlichsten. Schopenhauer schildert, wie schnell sich alle Romantik verflüchtigt. Denke dir das schönste, liebreizendste Paar. Nun sieh sie im Augenblick des Genusses der Wollost. Aller Scherz, all jene sanfte Grazie ist plötzlich fort, urplötzlich beim Anfang des Aktus verschwunden und hat einem tiefen Ernst Platz gemacht. Was für ein Ernst ist das? Der Ernst der Tierheit. Der Wille ist auch der Grund für das Leiden in der Welt. Dies folgt schon aus seinem Begriff. Der Wille will immer etwas. Das heißt, es gibt immer etwas, das ihm noch fehlt. Deshalb will er es ja. Der Wille ist ihm zufolge, das unbefriedigt sein schlechthin. Verschärft wird die Situation dadurch, dass der Wille auch gar nicht vollkommen befriedigt werden kann, denn er kennt keine Grenzen. Aus jedem Wunsch, der befriedigt ist, erwächst ein Weiterer. Die Möglichkeiten zur Erfüllung der Wünsche sind aber begrenzt. Diese unüberbrückbare Diskrepanz zwischen dem grenzenlosen Wollen und den begrenzten Möglichkeiten seiner Erfüllung ist der tiefste Grund für das Leiden in der Welt. Schopenhauer schildert dieses Leiden in immer neuen Variationen. ...brochene Begeisterung für Schopenhauer und eine Reihe geistiger Genüsse, die ich niemals zuvor erfahren habe. Ich weiß nicht, ob ich meine Meinung einmal ändern werde. Jetzt jedenfalls bin ich überzeugt, dass Schopenhauer der genialste aller Menschen ist. Arthur Schopenhauers Pessimismus hatte philosophische Gründe, aber auch persönliche. Sein Vater, ein wohlhabender und angesehener Kaufmann litt an Depressionen, die der Sohn von ihm erbte. Schon als Sechsjähriger hatte Schopenhauer Angstzustände, eine Plage, die ihm während seines ganzen Lebens blieb. Hinzu kamen ständige Streitigkeiten zwischen den Eltern, die durch einen großen Altersunterschied getrennt und überdies sehr unterschiedliche Persönlichkeiten waren. Der Vater schwermütig, die Mutter fröhlich, unbekümmert, in den Augen des Sohnes auch leichtlebig. In seinen Erinnerungen schrieb er, Da mein guter Vater sich und Elend an seinem Krankenstuhl gebannt war, wäre er verlassen gewesen, hätte nicht ein alter Diener sogenannte Liebespflicht an ihm erfüllt. Meine Frau Mutter gab Gesellschaften, während er in Einsamkeit verging, und amüsierte sich, während er bittere Qualen litt. Der familiäre Unfrieden war wohl auch einer der Gründe dafür, dass der junge Schopenhauer viel Zeit im Ausland verbrachte. Er war am 22. Februar 1788 in Danzig geboren worden. 1793 zog die Familie nach Hamburg um. Die glücklichsten Jahre seiner Kindheit erlebte Schopenhauer aber bei einer befreundeten Familie in Frankreich, die beste Zeit als Jugendlicher auf einer Bildungsreise durch ganz Europa. Mit 17 Jahren kehrte er zurück nach Hamburg, um eine Kaufmannslehre anzutreten. Im selben Jahr, 1805, starb sein Vater, vermutlich durch Selbstmord. Die Mutter verkaufte die Firma und zog mit Schopenhauers jüngerer Schwester Adele nach Weimar. Dort eröffnete sie einen literarischen Salon, der große Resonanz fand. Unter anderem verkehrten dort Goethe, Wieland und die Gebrüder Schlegel. Auch sie selbst, Johanna Schopenhauer, versuchte sich als Romanautorin. Auch dies mit Erfolg. Sohn Arthur war zunächst noch in Hamburg geblieben. Erst 1807 kam er ebenfalls nach Weimar, wo er innerhalb von zwei Jahren den gesamten Lernstoff eines Gymnasiums nachholte. Prägend wurde aber vor allem eine andere Begebenheit. In einem Buchladen stieß Schopenhauer auf die Upanishaden, die heiligen Schriften des Hinduismus. Später sagte er dazu, die Lektüre dieser Bücher sei der Trost seines Lebens gewesen und werde der seines Sterbens sein. Was der junge Schopenhauer in den Upanishaden fand, war eine weltanschauliche Beglaubigung seines persönlichen Lebensgefühls. Leben ist Leiden. Dies bedeutete für ihn auch Entlastung. Sein Leiden war kein individuelles Versagen, wie es seine Mutter ihm immer wieder vorhielt, sondern Folge einer verhängnisvollen Weltstruktur. Untertitelung